Im WDR wurde im Dezember 2019 das folgende Lied veröffentlicht und provozierte einen Riesen-Shitstorm. Meine Oma ist ne alte Umweltsau, meine Oma fährt im SUV beim Arzt vor. Beim Arzt vor, beim Arzt vor, sie überfährt dabei zwei Opis mit Rollator. Meine Oma ist ne alte Umweltsau, meine Oma brät sich jeden Tag ein Kotelett, ein Kotelett, ein Kotelett, weil das kaum der Fleisch so gut wie gar nichts kostet. Meine Oma ist ne alte Umweltsau, meine Oma blickt nicht mehr, sie ist geläutert, geläutert, geläutert. Stattdessen macht sie jetzt zehnmal im Janne-Kreuzfahrt. Meine Oma ist doch keine Umweltsau. Mein Enkel, der fliegt jedes Jahr nach Bali, nach Bali, nach Bali. Mein Enkel ist ne junge Umweltsau, mein Enkel, der kauft nur noch bei Zalando. Mein Enkel ist ne blöde Umweltsau, mein Enkel postet jeden Tag nur Blödsinn, nur Blödsinn, nur Blödsinn, mein Enkel postet jeden Tag nur Blödsinn, mein Enkel ist ne blöde Online-Sau. Was ich mir als scheinbar inzwischen zur Minderheit gehörender dabei denke? Die Gesellschaft verliert schon langsam jeden Anstand, jeden Anstand, jeden Anstand. Die Gesellschaft hat keine Ahnung mehr von Anstand, die Gesellschaft hat ihr Herz und Hirn verloren. Es gibt Gruppen, die meinen, sie müssen uns belehren, uns belehren, uns belehren. Es gibt Gruppen, die wollen uns braun und grün belehren. Es gibt Gruppen, die haben ihr Herz und Hirn verloren. Es gibt Gruppen, die alles besser wissen, besser wissen, besser wissen. Es gibt Gruppen, die uns sagen, was wir glauben müssen. Es gibt Gruppen, die haben ihr Herz und Hirn verloren. Es gibt Gruppen, die lassen guten Geschmack vermissen, vermissen, vermissen. Es gibt Gruppen, die haben die Erziehung leider vergessen, ja vergessen, ja vergessen. Es gibt Gruppen, die haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Es gibt Gruppen, die haben ihr Herz und Hirn verloren. In der Gesellschaft darf's keine andere Meinung mehr geben, mehr geben, mehr geben. In der Gesellschaft, ja, da möchte nimmer leben, die Gesellschaft hat ihr Herz und Hirn verloren.